Alle zusammen gegen den Faschismus! 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 Wir, für die letzten kleinen Mahnlitzer, für die das nächste Stilzen, die verstört wurden. Die Unterlandestellten sind nun Arbeiter für die Arbeiterklasse. Für alle, die den Kampel gehört haben. Es kommt ihr Witze beim Wegelungen. Die werden gleich die Weife in den Schaden. Für euch! Auch für euch, Leute! Für euch! Für euch! Für euch! Für euch! Für euch! Nein, 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 die Natur! Ein schafft der Ausstattung der rufen uns, kreativ, halt, frei, bull, und das ist dieser Weihnachtsmarkt, was hier gemacht wird, in der letzten Woche, das ist wirklich eine absolute Schande, zu unter Püter zu setzen, das ist eine Weihnachtsmarkt, die will werden, bekommen wir den da hin, wenn die Menschen, jetzt sagst das, letzte, bisschen Weihnachtszeit, gewinnen, Keine Diktatur! Frieden! Freiein! Keine Diktatur! Frieden! Freiein! Keine Diktatur! Frieden! Freiein! Keine Diktatur! Frieden! Ich möchte auch sagen, das ist ein Meinung nach. Frieden! Die Menschen hinter Gittern! Sie müssen das jetzt hinter Gittern machen, damit die Menschen wenigstens ein bisschen machen dürfen. Wir sind hier! Wir sind laut! Einmal uns die Freiheit traut! Wir sind hier! Wir sind laut! Einmal uns die Freiheit traut! Wir sind hier! Wir sind laut! Einmal uns die Freiheit traut! Wir sind hier! Wir sind laut! Einmal uns die Freiheit traut! Das war eine absolute Schande! Einmal uns die Freiheit traut! Frieden, Freiheit, keine Diktatur! Frieden, Freiheit, keine Diktatur! Und für einen freien Weihnachtsmarkt, einen freien Weihnachtsmarkt für alle Menschen, egal ob sie gewähnt oder nicht gewähnt sind! Schließt euch an, schließt euch an! Schließt euch an, schließt euch an! Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal auf die Kinder und 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 die Kinder hinweisen! In 18 Uhr auf dem Heimmarkt, die Bewegung Halle, geht jede Woche auf die Straße für unsere aller Rechte, für die Rechte der Menschen! Denn wir alle sagen, Grundrechte sind nicht verhandlerbar! Wir stehen alle für die Freiheit! Die Freiheit, die Selbstbestimmung! Gegen Speicheln, gegen Diskriminierung, dagegen dass Menschen ausgegrenzt werden! Wir sagen, dass sie nicht mehr im richtigen Ort oder in Kaffees dürfen, wenn sie nicht bestimmte Auslagen erzählen! Wir sagen, Frieden, Freiheit, keine Diktatur! Frieden, Freiheit, keine Diktatur! Frieden, Freiheit, keine Diktatur!